Die Explosion hat sie aufgescheucht. Willst du mich verarschen? Die Explosion hat sie aufgeschehen. Drona fliegt. Ein Scharfschützer. Da ist noch ein Tango. Da ist auch einer. Noch ein Dritter. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Das macht Füllen. Ich schlafe an. Bis auf den Scharfschützer. Deswegen ist man damit aufgeschrieben. Die sind alle aufgestanden. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Sag mir wo. Am Eingang zum Lager. Okay. Die anderen schlafen. Jetzt alle K.O. machen. Drollst Du? Drollst Du? Drollst Du? Drollst du? Ja, morgens. Ich bin unterwegs. Okay, zielmarkiert. Er ist tot. Da haben wir uns noch mehr. Hey, alles grün. So, gut. Hubschrauber-Einsatz. Hubschrauber-Einsatz. So, das war das vorgezeichnet. Wie wär's denn? Ach, das ist... Es ist so viel. Da ist jetzt noch ein Level. Das nehmen wir mit. Und dann holen wir uns die Pistole oder das Waffenupdate von unten. Und dann die anderen Fragezeichen lassen wir. Ja, das können wir irgendwann anders machen. Also, die anderen Fragezeichen, ähm... Ja. Machen wir. Danach würde ich einfach die Geschichte weiterspringen, oder? Ja. 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 Wo können wir ranken? Lass mich ein bisschen steigen. Ich sehe einen Scharfschützen. m trübung du bist du dumm zum schatz Schauen wir mal, dann sehen wir mal, schauen wir mal, da ist noch einer, da ist noch einer, da sind auch zwei, ja easy, 10 ist easy, Geh in Position, suche eine bessere Schusslinie, alles klar, geh in Position, hab das Ziel, gib Zeichen, hab ein. Ich gehe in Position, lass mich in Position gehen, shit, ich muss die Position wechseln, Ziele fast, bin bereit, sehe das Ziel, bereit, auf deinen Befehl, hab ihn. Sehr gut, und dann war es nur noch ein einsamer Scharfschützer, der von einem Team von Scharfschützen nix mitbekommen hat, der seine ganze Crew gekannt hat. Scheiße, sie haben ihren Kumpel gefunden. Geh in Position. Ziel markiert. Grafe Tangos an. Wie hast du den erwischt? Das sind nur eine Handvoll Gegner. Okay, aufatmen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Die Fahne wieder. Das schon, äh ja. Wieso sind die jetzt gekommen, wenn... nicht cool. Gar nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Ah. Nein. Warum muss ich auch hier runterkleiden? Kann ich den irgendwie... Warte... Bei mir sammeln. In Bewegung. Oh Mann, ich habe keine Granaten. Ich wollte den da jetzt, äh, versuchen weg zu... weg zu hauen. Ähm... Kann ich die... Darüber. Claro. Ähm... Und jetzt... muss ich neu starten. Nice. Da. Ja. Da? 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 Da... Da. 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 So, wo sind wir denn jetzt? Okay. Dann holen wir uns. Das können wir uns auch. Gut. Oh, da ist ja ein Fluss. Setze Drohne ein. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ich sehe einen Scharfschützen. Wagen mit montierter Waffe. Tango Nummer 3. Hier ist Ziel Nummer 5. Da ist noch jemand. Da oben drin. Sehr ein Geschützton. Und ich sehe noch den Titeln. Geh in Position. Brauche neue Position. Moment. Such eine gute Schusslinie. Okay. Ziel markiert. Tango getroffen. Tango. Tango. Dennis. Komm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, dann holen wir uns mal diesen Hübschen da. So, ich weiß halt nicht, wie viele da im Haus noch sind, wahrscheinlich so zwei. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. für die Fähnchen und in Kolkabin ist das und das hat alles an Die werden nicht sehen, warte. Ich sehe einen Hauptmann. Was jetzt? Was ist das? Scheiße, meine Nervenmann. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Gut. Ja, jetzt kommen wir an, ne? Jetzt kommen wir an. Da ist ja keiner drin. So. Äh, jetzt kommen wir an. Ja, wir können das alles mitnehmen, wenn wir... Wenn wir hier reingehen. Ähm, ich will ein Helikopter. Ein Helikopter. So. Los geht's. Ja, wir fahren sowieso hier vorbei. Dieses Mal klitsche ich mich auch nicht so fest. So fest. Ja, wir können loslegen. Und wenn du mit so einem Sportwagen einen, äh, so wie nicht davonkommst. Ich warte, den kann ich ja jetzt auch wieder nicht verhören. Sauber hier drüben. Quítate quieto. Ne. Ne, ich kann die nicht, äh, ich kann die nicht, äh, verhören. Okay, auf geht's. Oh mein Gott. Was ist da? Ne. Das ist irgendwas da. Was ist das? Oh mein Gott. Ja, komm, wir schnappen ja den. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Ja, das ist Feuer! Verdammte Scheiße! Wir leuten ein Versuch zu fliehen. Okay, sexy. Ja, genau. Ich muss ja nicht ausschauen. Ich muss ja nicht ausschauen. Ich muss ja nicht ausschauen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ja, Guckzei, Hubschrauber, da. Dann, der hat ja noch einen zweiten dabei. Und da war der Scharfschütze. Der schützt Schafe. Locker bleiben. Alles ist gut. Scharfschütze. Entschuldigung. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bereit für den Angriff. Er kriegt einfach halt das Fass. Ein Drecksack weniger. Der Tango weiß, dass was faul ist. Wir sind an uns dran. Ganz ruhig. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Zu früh abgedrückt. Du ehrlich. Da ist eine Kartell-Auszeichnung. Da ist eine Kartell-Auszeichnung. Ich glaube nicht. Wir fahren. Jo. Ah, Drohne. Reichweite. 55.000 von denen. Ja, okay. Ich hatte mal mehr. Äh, Nachtsicht. Ja. Macht's. Fassierung. Hab ich nicht genug. Tempo. Tano. Cooldown. 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 Brauche ich eigentlich nicht. Granatwerfer. Kapazität. Objekt. Glendgranate. Signalpistole. Um Gegner anzulocken oder abzulenken. Äh. Ich. 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 Blendgranate. Ja, Blendgranate ist eigentlich ganz nice. Erblenkungskörper. Trupp. Rebellen. Truppwiderstand. Wiederbelebungstempo. So. Ja. Hau ich mal hoch. So. Waffen. Mh. Batterie. Fernklar. Zoom. Blendgranate. Ja. Dann. Achso. 3. Gut. Dann. Ähm. Nachtsicht. Manchmal ist es halt auch ein bisschen duster. So. Als nächstes. Ah. Hier gibt es einen Helikopter. Das ist schön. Ah. Wir haben nichts gemerkt. Wir gehen in die falsche Richtung. Mhm. Ich bin der Pilot. Sie werden dich sehen. Weg da. Kommt Leute. Kommt ihr. Bereit. Dreh auf. Aloha. Lieben. Ja. Lassuri. Ja. Lassos. Divoo. Bis zum nächsten Mal.